Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Widerrufsrecht. Wenn ihr Waren im Internet, am Telefon oder an eurer Wohnungstür kauft oder dort Verträge abschließt, könnt ihr das in vielen Fällen rückgängig machen. Das Wichtigste in Kürze. Habt ihr einen Vertrag außerhalb eines Geschäftsraums im Internet oder am Telefon abgeschlossen, steht euch ein Widerrufsrecht zu. Das Widerrufsrecht gilt in der Regel 14 Tage nach Abschluss eines Vertrages oder dem Erhalt der bestellten Ware. Um den Vertrag zu widerrufen, müsst ihr dem Händler oder dem Vertragspartner mitteilen, dass ihr diesen Vertrag nicht mehr möchtet. Nutzt zum Widerruf z.B. das vom Händler mitgelieferte Formular oder den Umtauschscheck der Verbraucherschutzzentralen. Verzögert sich die vereinbarte Leistung, könnt ihr nach einer angemessenen Frist vom Vertrag immer zurücktreten. Wie kann ich einen Vertrag widerrufen? Zunächst müsst ihr dem Vertragspartner mitteilen, dass ihr den Vertrag widerruft. Den Widerruf könnt ihr mündlich oder schriftlich erklären. Verwendet hierfür das Musterwiderrufsformular, das das Unternehmen mitgeliefert hat. Und verschickt es am besten per Einschreiben oder per Fax mit Sendebericht. So habt ihr im Streitfall immer einen Beweis. Ihr müsst das Musterwiderrufsformular aber nicht verwenden. Ihr könnt euren Widerruf einfach selber schreiben oder auf andere Weisen erklären. Z.B. über den Umtauschcheck der Verbraucherzentralen. Legt das Formular oder das Widerrufsschreiben beim Zurücksenden der Ware mit ins Paket. Zur Sicherheit solltet ihr den Widerruf zusätzlich per E-Mail oder per Fax oder auch per Einschreiben nochmal erklären. Noch ein kleiner Hinweis dazu. Es reicht nicht aus, die Ware kommentarlos zurückzuschicken. Ihr müsst den Widerruf in jedem Fall gegenüber dem Verkäufer oder dem Unternehmen erklären. Ein Grund, warum ihr widerrufen wollt, müsst ihr jedoch nicht angeben. Wie lange habe ich Zeit zu widerrufen? Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Allerdings gilt diese Frist erst, wenn ihr von eurem Vertragspartner oder Verkäufer über euer Widerrufsrecht informiert wurdet und euch die Widerrufsbelehrung vorliegt. Reicht der Händler die Belehrung nach, habt ihr ab dem Tag 14 Tage Zeit mit dem Widerruf. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens nach einem Jahr und 14 Tagen. Das heißt, wenn der Verkäufer euch nicht unterrichtet hat, habt ihr ein Jahr und 14 Tage Zeit. Die Frist beginnt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Habt ihr Waren bestellt, beginnt die Frist ab dem Tag, an dem ihr die Ware erhaltet. Der Tag, an dem die Frist beginnt, wird jedoch bei der Berechtigung nicht mitgezählt. Erfolgt die Lieferung in Teilen, beginnt die Frist an dem Tag, an dem das letzte Paket oder das letzte Teil der Lieferung erfolgt ist. Ausnahme sind hier Abo-Verträge, wie zum Beispiel Zeitschriften. Hier beginnt die Frist mit Erhalt der ersten Lieferung. Habt ihr einen anderen Vertrag, zum Beispiel über die Dienstleistung für Strom oder Gas oder Telefon oder Internet geschlossen, beginnt die Frist ab dem Vertragsabschluss. Hier ein kleines Rechenbeispiel. Wenn ihr die Ware am 12. Dezember entgegennehmt oder den Vertrag an dem Tag geschlossen habt, sind die 14 Tage am 26. Dezember 24 Uhr eigentlich vorbei, obwohl der erste Weihnachtstag dazwischen liegt. Die Frist kann an einem Samstag oder Sonntag oder Feiertag beginnen. Allerdings kann die Frist nicht an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen enden. Die Frist endet dann erst am darauf folgenden Werktag, also in diesem Beispiel hier am 27. Dezember um 24 Uhr. Ist das wiederum ein Samstag oder Sonntag, endet die Widerrufsfrist erst am darauf folgenden Montag. Mit dem Umtausch-Check der Verbraucherzentralen könnt ihr das ganz einfach ausrechnen. Schaut dazu einfach auf der Webseite der Verbraucherschutzzentrale vorbei. Muss ich denn begründen, warum ich einen Vertrag widerrufe? Ganz klar nein. Einen Grund für einen Widerruf müsst ihr nicht angeben. Der Bundesgerichtshof hat dies mit Urteil vom 16. März 2016 noch einmal bekräftigt. Habe ich denn bei jedem Vertrag ein Widerrufsrecht? Nein. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Händler generell verpflichtet seien, Widerrufe zu akzeptieren. Dem ist nicht so. Obwohl Verträge grundsätzlich rechtlich bindend sind, könnt ihr euch nur in einigen Fällen von geschlossenen Verträgen lösen. Der Gesetzgeber unterscheidet darin, wo ihr einen Vertrag geschlossen habt. Ihr habt etwas online an der Haustür oder am Telefon gekauft oder am Arbeitsplatz oder bei einer Kaffeefahrt. Bei Verträgen, die ihr außerhalb von Geschäftsräumen abschließt, habt ihr ein gesetzliches Widerrufsrecht. Es gibt aber Ausnahmen, in denen ihr kein Widerrufsrecht habt. Ihr habt etwas in einem Ladengeschäft gekauft, dann habt ihr kein gesetzliches Widerrufsrecht. Wenn ihr im Nachhinein nicht zufrieden seid oder die Ware nicht mehr gefällt, Tja, allerdings zeigen sich Unternehmen meist kulant. Viele bieten den Umtausch oder die Rückgabe innerhalb einer bestimmten Frist an, zum Beispiel binnen 30 Tagen. Habt ihr etwas von einer Privatperson, zum Beispiel über Ebay gekauft, steht euch kein Widerrufsrecht zu. Etwas anderes ist es, wenn die Ware defekt ist. Dann steht euch unabhängig davon, wo ihr die Ware gekauft habt, die sogenannte Gewährleistung zu. Kann ich auch Verträge widerrufen, die ich im Ladengeschäft geschlossen habe? Ihr habt kein gesetzliches Widerrufsrecht, wenn euch im Nachhinein Farbe, Größe oder eine andere Eigenschaft einer Ware nicht mehr gefällt. Ihr habt auch nicht automatisch ein Recht auf Umtausch. Der Händler kann euch die Umtauschmöglichkeiten vor dem Kauf freiwillig einräumen oder nachträglich zugestehen. Dabei kann er bereits benutzte oder nicht mehr original verpackte Waren vom Umtausch ausnehmen. Dieser Ausschluss gilt oftmals bei Sonderangeboten. Der Hinweis, reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen, gilt übrigens nicht, wenn das Schnäppchen einen Mangel hat. Auch Sonderangebote müssen in einem einwandfreien Zustand sein. Ist das nicht der Fall, habt ihr die üblichen Gewährleistungsrechte. Wenn ihr beim Kauf unsicher seid, ob die CD oder der Mantel als Geburtstagsgeschenk gefallen werden, solltet ihr bereits im Geschäft ein Umtauschrecht vereinbaren. Möglichst gegen Rückzahlung des Kaufbetrages. Ihr müsst aber damit rechnen, dass euch der Händler einen Gutschein in Höhe des Kaufpreises anbietet, der nur für Waren aus seinem Sortiment gilt. Achtet darauf, wie lange der Gutschein gültig ist. Ausnahme? Das gilt nicht bei finanzierten Verträgen, die ihr im Laden geschlossen habt. Dann greift auch hier das gesetzliche Widerrufsrecht. Zum Beispiel, wenn bei Vertragsabschluss Ratenzahlung vereinbart wurde, der Kaufvertrag mit einem Kreditvertrag verbunden ist, zusammengehörige Sachen wie die Bände eines Lexikons nach und nach geliefert werden und ratenweise bezahlt werden sollen. Oder aber ihr regelmäßig gleichartige Dinge geliefert bekommt, wie zum Beispiel Zeitungen oder Zeitschriftenabonnements. Was mache ich, wenn sich die vertraglich vereinbarte Leistung verzögert? Ihr habt zum Beispiel Möbel bestellt, deren Lieferung sich verzögert. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Wurden die Möbel im Fernabsatz bestellt, steht euch auch hier das Widerrufsrecht von 14 Tagen zu. Da die Möbel noch nicht geliefert wurden, läuft auch die Frist noch nicht. Ihr habt also die Möglichkeit, noch vor der Lieferung den Vertrag zu widerrufen. Aber Achtung! Wurden die Möbel extra für euch angefertigt, kann das Widerrufsrecht ausgeschlossen sein. Und kommt die Ware dann doch noch an, kann es sein, dass ihr die Kosten für die Rücksendung selbst tragen müsst. Habt ihr weiterhin ein Interesse an den Möbeln und wird der Liefertermin nicht eingehalten, schickt dem Händler eine Mahnung. Fordert diesen darin auf, die Ware zu liefern. Setzt ihm eine angemessene Frist von etwa 14 Tagen oder länger, bis wann er die Leistung erbringen oder nachliefern soll. Das macht ihr am besten schriftlich per Einwurf einschreiben. Alternativ, gib das Schreiben persönlich ab und lass den Empfang quittieren. Das Vorgehen gilt natürlich auch dann, wenn die Möbel direkt im Einrichtungshaus gekauft werden und eine Lieferung zu euch nach Hause vereinbart wurde. Führt dies nicht zum Erfolg, könnt ihr entweder weiter abwarten oder jetzt vom Vertrag zurücktreten. Ihr solltet euch jedoch vorher darüber klar werden, dass ihr, sobald ihr den Rücktritt erklärt habt, die Lieferung der Ware nicht mehr verlangen könnt. Aus der anderen Seite müsst ihr die Ware jedoch auch nicht mehr bezahlen. Nach Ablauf der Frist könnt ihr eventuell auch den Verzugsschaden geltend machen, also den Schaden, der euch durch die Verzögerung entstanden ist. Habt ihr bereits Anzahlung geleistet, muss der Händler diese natürlich erstatten. Weit weniger Aufwand habt ihr, wenn der vereinbarte Liefertermin überschritten wurde. Der Verkäufer gerät automatisch in Verzug, wenn er den Termin schuldhaft versäumt. Ihr könnt dann gleich Ersatz eures Verzugsschadens verlangen, ohne eigens noch eine Mahnung zu verschicken. Gilt das Widerrufsrecht auch bei Click & Collect? Ware im Internet bestellen und im Laden abholen. Vor allem durch die Corona-Pandemie ist diese Verkaufsform beliebt geworden. Ob ihr dabei ein Widerrufsrecht habt, kommt auf den Vertragsabschluss an. Kauft ihr zum Beispiel ein Produkt in einem Online-Shop oder einer Auktionsplattform, habt ihr ein Widerrufsrecht. Welche Bezahlart ihr wählt oder ob ihr die Ware abholt, spielt dabei dann keine Rolle. Trefft ihr eure endgültige Kaufentscheidung allerdings erst bei Abholung im Laden, habt ihr kein Widerrufsrecht. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr die Ware über eine Internetseite nur reserviert und ihr die endgültige Kaufentscheidung dann im Laden treffen könnt. Der Händler behauptet, es gäbe in meinem Fall kein Widerrufsrecht. Kann das stimmen? Nicht für jede Ware gilt das Widerrufsrecht. Es gibt folgende Ausnahmen. Die Ware ist wie zum Beispiel bei einem Maßanzug auf eure persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Das hat für den Verkäufer oftmals zur Folge, dass er die Ware nicht weiterverkaufen kann. Ebenso vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind schnell verderbliche Waren wie frische Lebensmittel. Bei versiegelten Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, entfernt ihr da zum Beispiel das Siegel bei einer Creme. Tja, dann war's das mit dem Widerrufsrecht. Das trifft hier allerdings nicht auf Ware zu, die man ohne Probleme wieder verschließen kann und wo die Gesundheit oder die Hygiene nicht beeinträchtigt wurde. Wenn Ware wieder verkauft werden kann, dann gilt hier auch wieder das Widerrufsrecht. Allerdings nur zu den genannten Punkten. Bei versiegelten Dingen, wie zum Beispiel CDs oder DVDs, kommt heute nicht mehr ganz so oft vor. Allerdings ist hier das Siegel entfernt worden, habt ihr hier auch kein Widerrufsrecht mehr. Grundsätzlich gilt auch bei Downloads im Internet, sobald ihr das Produkt heruntergeladen habt, hat sich das mit dem Widerrufsrecht erledigt. Außerdem könnt ihr erworbene Bahntickets, Pauschalreisen sowie Tickets für Konzerte nicht mehr widerrufen. Ebenso wie Veranstaltungen, die an einem bestimmten Termin stattfinden. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte. Und hier nochmal eine ganz kleine Zusammenfassung. Grundsätzlich habt ihr ein Widerrufsrecht von 14 Tagen, außer bei Produkten, die man zum Beispiel downloadet und direkt benutzt. Oder eben auch bei Produkten, die extra für euch hergestellt wurden. Ausgenommen auch hier Stromverträge zum Beispiel, da hier die Leistung ja direkt übergeht. Grundsätzlich gilt allerdings bei Zeitschriften und bei anderen Verträgen, das Widerrufsrecht gilt erst ab dem Tag, wo ihr auch das Widerrufsrecht bekommen habt. Also man euch das mitgeteilt habt, wie das aussieht. Beispiel per E-Mail oder eben per Post. Viele denken, dass sich das Ganze dadurch erledigt hat, wenn ja Zeitschriften, Abonnements, ja einfach da die Widerrufsformulare viel zu spät rausschicken. Nein, da habt ihr dann sogar ein Jahr und 14 Tage Zeit, wenn das Widerrufsrecht nicht zu euch nach Hause kommt. Ihr müsst die Möglichkeit gehabt haben, das Ganze durchzulesen. Ausgenommen sind eben wie gesagt Downloads. Wenn ihr dort auf Download drückt, hat sich das Ganze natürlich erledigt, da ihr das Produkt bereits erhalten habt. Oder eben bei Sonderanfertigungen oder bei Verträgen wie Strom und Gas. Hier läuft die Leistung natürlich sofort und ihr habt das Produkt benutzt. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat oder sogar weitergeholfen. Dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann findest du jetzt hier noch eine Playlist mit mehr Videos von dem Kanal und auch von dem letzten Video. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.